Wenn wir die Begriffe Psyche und Immunsystem so direkt nebeneinander stehen sehen, tun wir uns vielleicht jetzt noch ein bisschen schwer anzunehmen, dass diese zwei ganz wichtigen körperlichen Funktionen sehr eng miteinander verbunden sind. Und zwar wissen wir aus der modernen Forschung, dass sie sehr, sehr nah zueinander stehen. So gibt es doch inzwischen das Forschungsgebiet der Psychoneuroimmunologie und der Neurogastroenterologie. Und allein durch diese Begriffe sehen wir, dass hier unter anderem der Darm scheinbar irgendetwas mit der Immunologie und mit unseren Gefühlen zu tun hat. Unten gleich in Rot die zwei Hauptgegenspieler zu einer gesunden Psyche und einem gesunden Immunsystem, nämlich Stress und Fehlernährung. Die Psychoneuroimmunologie ist ein relativ neues interdisziplinäres Forschungsfeld, die sich mit der Auswirkung der Psyche auf die Immunologie auseinandersetzt. Und an einigen europäischen Universitäten steht das schon im Zentrum der Forschung, insbesondere an der medizinischen Universität Innsbruck, die immer wieder fantastische Publikationen herausbringt. Und wenn wir hier zum Beispiel schauen, an der Universität in Gießen, haben wir auch andere Forschungsgebiete, die einfach zeigen, in der modernen Zeit wissen wir als Ärzte, dass die Psyche sehr starke Auswirkungen auf unseren Körper hat. Nicht nur die Psychoneuroimmunologie wird hier erforscht, sondern auch die Psychodermatologie, den Einfluss der Psyche auf unsere Haut oder die Psychodiabetologie, die Einflüsse der Psyche auf den Diabetes und umgekehrt oder auch Psychotraumatologie. Das heißt, mit der modernen Forschung wissen wir einfach über die Wechselwirkungen von der Psyche und einem stabilen oder eben nicht so stabilen Immunsystem. In Innsbruck wird gerade sehr stark am Thema Stress geforscht, denn wir wissen einfach, dass Stress eine sehr negative Auswirkung auf unser Immunsystem hat. Je gestresster wir sind, je mehr Angst wir haben, je mehr Panik wir haben, umso schwächer wird unser Immunsystem. Und das kann man tatsächlich mit Markern im Blut nachweisen. Hier eine super spannende Forschung von der MedUni Wien. Hier gleich wieder mit QR-Code. Stress führt zu Entzündungen und diese Entzündungen beeinflussen unsere Stimmung negativ und damit kann auch unser Immunsystem nicht mehr so gut funktionieren. Das heißt, wir werden zum Beispiel häufiger krank oder wir können zum Beispiel entstehende Akrebszellen nicht so gut bekämpfen. Was hilft also unserem Immunsystem? Naja, wir sollten uns jeden Tag in Achtsamkeit üben. Wir sollten mehr Zufriedenheit an den Tag legen, uns über kleine Dinge des Alltags freuen und insgesamt entstressen. Das klingt jetzt alles sehr banal und sehr einfach und ich glaube, die meisten von euch werden einfach am Ende des Tages komplett erledigt ins Bett fallen. Aber schauen wir uns gemeinsam an, wie können wir denn entstressen? Wie können wir entspannen? Der moderne Mensch muss das erst wieder lernen. Naja, wir können zum Beispiel Entspannungstechniken anwenden. Dazu gibt es Bücher oder auch auf YouTube-Kurse oder vielleicht auch zum Beispiel auf der Volkshochschule Kurse. Zum Beispiel die progressive Muskelentspannung oder autogenes Training. Das sind sehr einfache Techniken, die wir schneller lernen können. Wenn uns das zu viel Arbeit ist, dann ganz einfach Freunde treffen und gemeinsam lachen. Und ganz wichtig, auch bei einem stressigen Alltag Pausen und Auszeiten ganz bewusst gönnen. Das klassische Abwarten und Tee trinken zum Beispiel und in unserer heutigen Zeit eine digitale Auszeit. Unsere Handys müssen nicht immer eingeschaltet sein. Sie dürfen durchaus auch einmal auf stumm geschaltet sein. Auf einen gesunden Schlaf achten und die Schlafhygiene einhalten. Das heißt, vor dem Schlafen gehen, keine digitalen Medien konsumieren, gut durchlüften, weil die Lunge in der Nacht ja entgiften möchte und insgesamt für ein gesundes Schlafklima sorgen. Singen oder Summen, auch wenn wir keine gute Gesangsstimme haben, das ist ganz wichtig, denn allein durch das Summen und Brummen wird Oxytocin ausgeschüttet und das beruhigt unseren Körper. Für ausreichend Bewegung sorgen, sei es Tanzen oder Laufen oder Teamsport oder irgendeine Bewegung, die uns ganz viel Freude und Spaß macht, sei es auch im Sinne des Facial Refinements, einfach einmal mit der Umwelt interagieren in einer Art Parcours und spielerisch die Umwelt erkunden. Wir sollten versuchen, positive Formulierungen zu verwenden, denn Worte schaffen Realität. Wenn ich mir den ganzen Tag vorsage, dass ich etwas nicht schaffen werde, dann wird mein Körper und mein Geist alles daran setzen, Sachen auch nicht zu schaffen, weil das habe ich ja manifestiert. Wenn ich sage, etwas ist eine Herausforderung, die ich sehr wohl meistern werde, dann haben wir eine gute Chance, diese Sachen auch tatsächlich zu schaffen. Wichtig ist es, ganz viel Zeit an der frischen Luft und in der Natur zu verbringen. Ich werde in weiteren Vorlesungen einige Studien dazu zitieren, wie wichtig es ist, Zeit draußen zu verbringen. Und ganz zum Schluss noch ganz etwas Banales, an dem wir arbeiten können, nämlich an unserem Atem. Atmen ist etwas ganz Natürliches, das aber durch Stress aus dem Rhythmus kommt. Da gibt es verschiedenste Methoden, die wir anwenden und erlernen können. Zum Beispiel das bewusste Atem erfahren nach Middendorf. Hier lernen wir, über das Atmen uns selbst Ausdruck zu verleihen. Hier unten auch wieder ein QR-Code für alle, die sich hiermit ein bisschen näher befassen wollen. Schauen wir uns noch ein paar Studien an. Die Darmhirnachse, das Bauchhirn, ist jetzt ein Forschungsgebot, das in aller Munde ist. Dazu müssen wir wissen, dass wir im Darm ein uraltes Nervensystem haben, das noch älter ist als das vegetative Nervensystem, nämlich Sympathikus und Parasympathikus. Das Bauchhirn heißt auch enterisches Nervensystem, ENS, und das ist seit Anbeginn der Zeit wichtig für unser Überleben. Denn als wir als ein oder kleine Mehrzeller herumgeschwommen sind, hat unser Überleben einzig und allein davon abgehangen, wie viele Nährstoffe wir zu uns nehmen. Aber dieses Nervensystem haben wir noch heute. Das heißt, das enterische Nervensystem besitzt deutlich mehr Nervenzellen als unser Rückenmark und ist das eigentliche Nervensystem, das uns steuert. Durch Studien konnte nachgewiesen werden, dass die Gedärme nicht durch das Gehirn gesteuert werden, sondern eher die Sache umgekehrt ist. Unser Gehirn wird von unserem Darm gesteuert. Das nennen wir die Darmhirnachse. Und 90% der Nervenfasern zwischen Darm und Hirn sind aufsteigende Nervenfasern. Das heißt, das alte Sprichwort aus dem Bauch heraus entscheiden, stimmt natürlich komplett. Unser Darm sagt unserem Gehirn, was es zu tun hat. Wichtig zu wissen ist es, dass Serotonin zu über 90% im Darm produziert wird und über den Vagusnerv unser limbisches System beeinflusst. Das limbische System ist ein urarchaischer Bezirk im Gehirn, das unter anderem für Emotionen zuständig ist. Auch Dopamin und Gamma-Amenobuttersäure werden im enterischen Nervensystem produziert und dann erst ins Gehirn gebracht. Jetzt gibt es natürlich eine Vielzahl an Bakterien, die mit uns leben, in unserem Mikrobiom. Und da gibt es einige Kulturen, die zum Beispiel Aminosäuren für die Serotonin-Produktion herstellen, zum Beispiel die Bifidobakterien. Und so können diese Bifidobakterien den Serotonin-Spiegel beeinflussen. Die Milchsäurebakterien, die Lactobacillen, können zum Beispiel den Cortisol-Spiegel im Darm senken. Das heißt, wenn wir viele Milchsäurebakterien im Darm haben, dann wirken die entstressend, weil sie den Cortisol-Spiegel senken. In der modernen Forschung nennen wir diese Mikrobiota, die die Darm-Hirn-Achse beeinflussen und mit dem ZNS, also mit dem Gehirn kommunizieren, das Psychobiom. Und ein neues Forschungsgebiet, das sich mit dem enterischen Nervensystem auseinandersetzt, ist die Neuro-Gastro-Enterologie. Das Mikrobiom, also die Keime, die in unserem Darm leben, beeinflussen auch unsere Blut-Hirn-Schranke. Das kann positiv oder negativ sein. Ein gesundes Mikrobiom stärkt unsere Blut-Hirn-Schranke, das heißt, dass weniger Giftstoffe in das Gehirn eindringen können. Leben aber ungünstige Keime in unserem Darm, dann können hier schädigende Giftstoffe produziert werden und die schädigen auch die Verbindungen zwischen den Zellen zum Gehirn und somit wird auf einmal die Blut-Hirn-Schranke durchlässig und Giftstoffe können viel schneller in das Gehirn eindringen oder werden auch tatsächlich dorthin transportiert. Hier sehen wir in einer Publikation, dass verschiedene Erkrankungen eben durch eine Störung dieser Blut-Hirn-Schranke hervorgerufen werden, zum Beispiel Morbus Parkinson. Ich habe schon eine Vorlesung dazu online über neurodegenerative Erkrankungen und Ernährung. Das heißt, wir wissen einfach, dass bei langjährig falscher Ernährung falsche Mikrobiote gezüchtet werden, die dann schädigende Giftstoffe produzieren und dann wird sozusagen in weiterer Folge hier im Gehirn etwas zerstört. Für alle, die glauben, dass sie steuern, was sie essen, nein, das ist nicht korrekt. Eigentlich, und das ist ein bisschen spooky, ist es unser Mikrobiom, das unser Essverhalten steuert. Das Mikrobiom kontrolliert Appetit und Stoffwechsel. Und je nachdem, was wir essen, wenn wir uns fehlerhaft ernähren, kommt es in eine negative Spirale. Wir züchten uns Mikrobiote, die halt gern Fastfood essen und sehr salzige, sehr fette, sehr zuckerreiche Lebensmittel. Wir kommen in diese Spirale hinein, dass diese Mikrobiote auch diese Lebensmittel einfordern. Aber das Problem ist, wenn wir ohne gesunde Nährstoffe uns ernähren, kommt es zu Angsterkrankungen und Depressionen. Hier dazu ein QR-Code mit Link zu dieser Studie, wo man das noch einmal nachlesen kann. Das heißt, auch Depressionen, auch Angsterkrankungen hängen damit zusammen, welche Stoffe im Darm produziert werden. Und die Stoffe, die unsere Mikrobiota produzieren, hängt davon ab, was wir ihnen zu essen geben. Und bei Fastfood siedeln wir negative Mikrobiota an, die auch zu Depressionen und Angsterkrankungen führen. Wenn wir pflanzenbasierend nährstoffreich essen, dann können wir die Impulsivität besser kontrollieren und können auch mehr Serotonin produzieren. Wie hängen also jetzt Gehirn, Verhalten und Immunologie zusammen? Hier habe ich einige Studien einmal zitiert. In der westlichen Ernährung, in der wir halt sehr Tiereiweißlastig, Weißmehllastig, Zuckerlastig uns ernähren, haben wir ein erhöhtes Risiko für psychische Gesundheitsprobleme, insbesondere Depressionen bei Jugendlichen. Wenn man aber hier umstellt auf eine ausgewogene, naturbelassene Ernährung, wirkt das schützend. So eine relativ neue Studie von 2018. Hier natürlich auch wieder ein Zitat drinnen. Wenn wir uns typisch westlich ernähren, haben wir auch chronische Entzündungen im Körper. Und dadurch kommt es zu einer erhöhten Stressaktivität. Das ist das, was wir gerade bei der Psychoneuronologie gesehen haben. Und über diese Stressaktivität kommt es dann natürlich zu niederschwelligen Entzündungen und damit auch zu einem vermehrten Aufbau von Neurotransmittern mit allen Folgen daraus. Das wären zum Beispiel Angsterkrankungen oder Depressionen. Aber ein ausgewogenes Mikrobiom, das wir durch die Ernährung modulieren können, führt zu einer günstigen Beeinflussung dieser Depressionen. Eine sinnvolle Ernährung wäre zum Beispiel die entzündungshemmende Ernährung, die ich auch schon mal in einem Video erklärt habe. Hier zum Beispiel, dass man auch sieht, dass das wirklich mit dem Mikrobiom zusammenhängt. Wenn wir schüchterne, ängstliche Mäuse haben, können wir die Neugierige machen, indem wir das Mikrobiom von abenteuerlustigen Mäusen nehmen und es diesen ängstlichen Mäusen geben. Bei Menschen können wir auch mit Stuhltransplantationen arbeiten. Und ja, man macht genau das, wonach es klingt. Das heißt, wenn man Menschen Stuhl von gesunden und abenteuerlustigen Menschen gibt oder zum Beispiel Stuhl von gesunden Menschen auf Menschen mit Reizdarm überträgt, dann verbessert sich hier die Symptomatik. Wenn wir aber von Menschen mit einem Reizdarmsyndrom das Mikrobiom auf Mäuse übertragen, die sonst gesund sind, werden diese Mäuse auch ängstlich. Das heißt, wissenschaftlich können wir eindeutig belegen, dass Angst, Erkrankungen und Depressionen mit dem Mikrobiom zusammenhängen. Das heißt, als Abschluss möchte ich euch etwas für die Träume heute Nacht mitgeben, nämlich dass Mikroorganismen das Verhalten des Wirtes steuern. Sein Verhalten, seine Stimmung und sein Heißhunger. Das heißt, in Zukunft, wenn ihr einkaufen geht und zum Burger greift, dann wisst ihr, das ist euer Mikrobiom, das hier spricht.